Die vierte Folge unserer FCW-Karriere ist am Start, er fährt gerade in der ersten Verhandlung. Heute wird der erste Spieler, den wir kaufen, mit dem Admir Mesi. Wie ihr da auch seht, in den Kommentaren klar abstimmen. Solltet ihr auch eine Medienkauf für die FCW-Karriere. Das werden wir auch machen. Für den Schwissenspieler. Ein Jahr weiter nur, man macht aber auch E-Safe. Genau. Dann geben wir ihn über die Kurve. Dann geben wir ihm sogar einen Kliniken. Ein bisschen nett. Der Tor ist da nett und gibt ihm sogar noch ungefähr zwei Kliniken. Ein bisschen mehr Geld geben wir ihm. Sehr wohl, klar. Dann haben wir den ersten Transfers gemacht. So bevor wir das Basisspiel beginnen, noch Konservation. So gehen wir Barak für eine Basis von uns zum AFC Burnham auf. Also kommen wir zum ersten Heimspiel von uns. Nämlich zum Kracherhütte FC Wiener Tour gegen den FC Basel. Dabei sehen wir nochmal. FC Basel Platz Nummer 6. Der Platz Nummer 7. Und das greift was wir wollen. Den haben auch 1-1-1 gespielt zu dem Video. Also ein Sieg. Eigentlich sagt er entschieden. Bei uns nehmen wir die Kortons Punkttaktik. Ingold. Wie gewollt auch einen Spiegel. Wir sehen ihn auch noch. Bei Oma Bues am Mediose Bank. Werbe Nr. 5-4-1. Und die Punkttaktik ist da. Der Sturm Ballett. Amici Costina Mansvimpi. Der Stadion Arnold. Der Abwehr Schettil. Was ist mit Lindner Plan. Wenn du auch in Neukaufst. Pada. Pada. Epaduna. Meine Kusami. Gib dir ein Superstocker. Und dann komme ich. Besuchstropf. Also Besuchstropf. Man ist auch neu. Und aufgepasst. Im Stadion Tor. King. Cabral. Anschließend geht's los. Im Aufstrasse. Von links nach rechts. Ballett. Zum Arnold. Und der Leit mal ab. Zum Gang zu Brei. Ja. Wenn wir noch da ruhig. Eine. Ja. Keine Staffel. Was war. Der Pass des Graubens gewesen. Monik Hund. In der Bischkin. Die Autor Cabral. Leit ab. Zum Chekowa. Chekowa mit viel Pimpo. Hier oben leit um den Arab. Und. Oh. Lang. Kein Fauler. Lang. Aber doch ein Fauler gsi. Ja. Gleich. Kasami. Gott. Direkt Kasami. Er ist zerstört. Oh. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Von Kasami. Viel 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 Platz. Einmal ein Pehling. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Buschefkopf. Buschefkopf. Ich denke mal. Das heißt. Das heißt. Auf. Jetzt. Da. Cover. Nein. Neftali. Ich fiel Platz. Ich fiel Platz. Neftali. Ich fiel Platz. Macht ich nicht. Ich fachse. Weg. Eckball. 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 Neftali. Tritte. Die zeigerts. Ein Abstoss. Recht hinten. Jawohl. Bremisi. Eis. EIS. Yes man! Yes man! Fängt richtig aus! Wir sind jetzt ruhig da! Eckball! Tor! 1-1! Türbleit! Nehmt zack! Der langen Schlenzer ist nachgespielt! Keine Chance für den Heinz Lindner! Halbblatt direkt am Namen! Wirklich! Ganz stark! Das ist unheilbar gewesen! In Ecknäbe! Ganz 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 stark! Stocker! Amänner nochmals! Einuego von Kinkabral. Hier so Tag was unser droughtes Savior. Ja! Er ist da so man... Wenn er nicht ausspielen will. Stocker! Lass ab! Du��로 hoch! BASKOOOOOOR! BASKOOOR!!! Nein! Ich versuche, dass es so schön ist. Oops. Ja. Jetzt, da kann ich mein E-Mov. für Basel Chintia, Ex-Fan Gallo Ein Tag ab und der Ball kommt er da Ein Rückspieler zum Ganderbein Verspieler zum Ganderbein Jetzt hat er mal wieder viel Platz Lauf der Ball Lauf der Konstantina Lauf der schön Schön Hier in der Mitte Jetzt hat er gerade der Ball kommt Schätti, Leit ab Arnold Erste Versuch Darauf wir wieder mal Ich bin noch das Ball Kopfball der Elbe Mit dem Gelmi Ballet, Ballet, Ballet Leit dort ab und dann mal wieder Schad, Schad, Schad Aber egal, macht Druck Ballet, Ballet, Schuss und Lindner Und da müssen wir mal Gretchen machen Hochwagen Jetzt Chegova gegen Lekai Chegova Leit ab zum Cabral Der Lekai Äh Chegova meine ich Ich bin noch mal ab Leit Glück für uns Jetzt kommt er von uns Eventuell Ballet Hat er noch viel Tempo Ballet Ballet, Leit nochmal ab von Konstantina Der schickt nochmal der Ramisi Ramisi Der Obertrag Neftali Der macht dann 2 zu 2 Das war das Das war das Und Faust in die Face kamer Neftali 2 zu 2 Der war absolutes üssi ganz üssi Gott hat umsattig Extremen Gut geht raus So geht das So geht das Das ist Gott hat umsattig gewesen Des feinsten Des feinsten Das ist auch keine Frau Doch das war keine Frau Das war keine Frau Das war keine Frau Und her Die Durchsprecher Wie wird er akzeptiert werden? Jetzt namens Die Bunko 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 Taktik Über Tantebei Der schickt da mal Der Ballet Ballet Aber die Eckball Und Eckball Die Die Kamen Kommen Kommen Eckball Hund Nimm mal mit Ruby Ab rein Halt Neftali Neftali Ballet Ballet Wie viel Platz Schönen paar gespielt Kostinna Lintner Man hat mich schon lange über Ich habe mir egal Nimm meinen mit Schade. 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 Nehmen wir noch mal nicht mal mit. Dann machen wir einfach die Ecke zu Köpfe. Wenn das geht. Es geht sogar! Oh, der Ball ist drin! Ja, Mann! Es geht sogar! Es geht sogar! Ui, Gelmi! Weißt du, was ist? Ich hoffe, ich habe das Grauen. Gelmi! Ich habe das Grauen. Oh, was für ein Spiel! Danke, perfekt. Auf Gelmi. Oh, der Ball geht hinten noch. Ja, geht doch nicht. Egal! Egal! Aber soll ich mal einen Platz machen? Wie macht er? 3, 2, 1, halb 10! So, sieht es aus! Ja, Mann! Ich habe mich mit angegessen, aber nicht mit dem. Aber nicht, dass es weitergeht. Ich habe mich schon gefühlt. Ich habe mich schon gefühlt, dass ich mich 1000 Ecke gemacht habe. Das ist schon sehr gut. Aber ja. Ich habe mich nicht mehr gefühlt. Mit einer Pause. Mit diesem Sieg! Beführer zuvor! Yes, Mann! Durch Gelmi! Cabral, leid ab zum Kidilla. Kidilla zum Padalu. Padula. Cabral, Cabral von der Phobie. Leid ab, Cabral! Und Beschufkopf! Ja, vielleicht fühlt es immer falsch. Aber mir egal. Wenn der Mann nicht aussprechen kann. Schüss doch! Fühlt jetzt 2 Meter drüber. Jetzt Basel. Beschufkopf. Man, den ich aussprechen kann. Mehr Fehler. Shettyn. Leid ab. Dann zum Cover. Und der zum Shettyn. Shettyn schickt er mal. Der Herr Rami soll wieder schicken. Aber Arnold kommt auf die Stelle. Arnold. Der Obertrag. Also da kommt Dina. Ganz frei. Ich komme an Dina. SADINA! Uff. Schuss bin ich kaputt. Ich habe gesagt, das sieht wirklich. Jetzt wird das jetzt wirklich gut los, finde ich. Aber nicht zu viel loben. Ich kann eigentlich voll Waben loben. Aber wie heißt das Sprichwort? Genau. Da meine ich. Da meine meine ich. Und Cabral für dich. Das Tor! Ich bin nicht beobachtet. Die machen jetzt scheiß Ego hin. Kannst nicht sie. Für dich. Oder gucken sie. 3,2,3 Wow, hier ist schon was in Basel Alles zum Shettyn, Shettyn, aber da kommt keiner mit Mal kaum mit Laufen Jetzt haben wir zu Shettyn Lauf mal, lauf mal Jetzt schon Platz, jetzt lauf mal Lauf mal laufen Innenfranke, Wanker und Gurekosatina Oooo Örschig ist ein Job Für ihn Jetzt Padula Padula Leit nochmal ab Nein Jetzt gibt es auch der Westerbübe Nämlich Wir sind Neu Machen Wir sind mit ihnen Und auch LTAEF Für Kostetina Und Für Ballett Nein, für Ramiz Ich meine Oder? Ich brauche der Basel Und der bei Basel macht das Goal Aaaaaaah Nie 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 Ingeball Entschuldigung Aaaaaaah Scheisse, man Tor Basel 4 Blüben Ich habe jetzt noch nicht mehr Lust zu sehen Ich habe jetzt noch nicht mehr Lust zu sehen Ich habe jetzt aber auch immer so ein Stich nehmen Ich habe jetzt noch was halt, ne? Und da ist das schon dafür Fehler Fehler Ey, noch mal kein DIA Viel Platz kein DIA Leit abschüsst Und der Balle nicht innen Der Balle auch nicht innen Pfff Jetzt schieben wir mal da Ich bin mit Latteschuss Und dann Herr Walle verschießt Das Kultrometer Woa Glück, 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 Glück Ball gewöhnen Mit Medi jetzt mit Medi Da kommt dafür doch keiner mit Also mit Medi allein Da läuft Arnold ARNOLD 4-4 Yes, man Absolut 4-4 Arnold Schön gemacht Von Medi Was aber haupte Noch ein schönes Laufes Und Arnold Zum 4-4 Schön pass Das schön gemacht Von Medi das schön pass Abel Aber Ich leg genug Okay, wunderschön gemacht Yes, man 4-4 Viel Fehler Konter 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 Gonsalves Nächste Argepflicht Medi Liegt am Ball Medi Ah, nein doch nicht Jetzt hast du auch Pfiffe, yay Jawohl Das hat im spektulärer Spiel Bei mir einen Punkt 4-4 Spiel zu finden Heute haben wir gut gespielt Und das hat Ja, mir haben wir In den 7 nicht ganz stark gesehen Aber egal 4-4 Punkt Das ist jetzt der erste Spiel da So Jetzt haben wir den Spiel da Gegenteil FC Luzern mit einer Frage Was haben wir den Newcastle auch machen? Wir haben nur Einmal für den Witzchen Das heißt 3-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4 2-3-4 Einmal für die Information Und ihr schaut das Was soll ich sagen Nehmen wir dass du so kriegst und schröpft dabei. In Ausstoß spiele ich mich von links. Fässer von rechts nach links. Bei der Station, die ich ausgehört, wirken die Ball schön ab, schön durch, spielst du mit so einer Glücke. Ich bin aber klar, jetzt Konter, Luzern, er passt da, nein, zu wenig gut auf. Luzerner reise ich aus, Luzerner und Spiegel, Gansdorf. Jetzt Konter, Nummer 10. Nummer 10, aber da passt auch der Ganderbeil Gansdorf auf. Nimmt das Wurst mit Buessur und Müller. Die folgende Eckball wird jetzt noch abgeleitet. Und den... Boah! Der Kostina hat nicht verletzt. Nimmt der Gansdorf jetzt Eingriffe. Null wie Schlimms. Jetzt kommt er halt N-L-T-I-F für ihn, Enoch. Der wird sich aufrollen. Leider nöt so viel. Entschuldigung, ich hab noch Jungs wieder. Der FC Luzern. Und den Ball, den er nicht verloren, so, nein, genau. Nicht ganz so gut gemacht. Jetzt Luzerner und... Oh, Jungs da und den Ball drin. Oh, was ist denn für coolerweise jetzt Rogic macht das 0 zu... Also das ist also 1 zu 0. 19 Minuten. Ja, mach auch noch. Ah, der hat immer Luzern in mein Gift gefühlt. Ich hab da nötiges Spielzeug drin. Jetzt haben wir den Ball gewonnen. Jetzt das Aufbauspiel immer noch versuchen. Und dann macht er raus. Jetzt Schuss da und... Der... Wer bist dich verschiesst. Aber ich bin noch da fixiert. Nur eine Chance für uns. Offenmaß. Wenn es schnell geht, es geht schnell. Und dann hat Frank, ich ausmachen, ich auskontle. Und mit 5. Zapt hat es halt 1 zu 0. Im vier Platz leitet er ab. Nochmal ab, also Burs. Den nochmal Burs. Burs, Burs, Burs. Burs leitet nochmal ab und... Die war riesen Chance. Nochmal Luzern. Dann hat er Schuss da und... Ich spiele wieder. Nochmal Luzern mit dem Ball gewinnen. Schön gemacht Luzern. Die linke Seite oben dran. Aber wir haben den Ball drückt. Jetzt gibt es da noch ein paar Wärtschen von uns. Wie ihr seht, da kann ich noch innen. Äh, 3F nicht innen. Und... Ich weiß nicht, dass da kein Ballett ist. Innen kam. Defensiv haben wir jetzt die Chance. Luzern gibt es das im Spiel. Eckball gibt es noch. Und Eckball... Es gibt Henspiel. Oder gibt es... 1 Meter. 1 Meter, Luzern. 1 Meter. 1 Meter, Luzern. Marvin Schulz macht ihn. Pfff. Oje. Und er schießt. Jawohl. Glück für uns. Glück für uns. Auf Offensicht umgestellt, ich will da noch was machen. Jetzt hat die Chance da. Glück da. Ball knapp und wohl vorbei. Und jetzt nochmal Luzern. Sein Ball... Okay es ist. Ich kann mir noch nicht schauen. Schön gemacht. Schön ab die Leute. Schön gemacht. Schön gemacht. Ab die Leute. Und der Balltine. Ramissiiiiiii. Eis Eis. Boom. Einfach kein Gegenüber. Ich kann es nicht auf jetzt. Konto machen. Jawohl. Konto. 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 Konto Balltine. 9 plus 2 Ballet. Haut der Balline. Jawohl. Weil es dafür egal spielt. Wir können noch spielen. 2-1. Nehmen wir mal an. Etwas Spiel. Dann war bald vorbei. Ja. Da spielt noch eine Kühne. Nicht mehr dran glaubt. Wenn noch Kühne. Ach. Das ist der Ramissi. Das ist der Ballet. Das spielt 2-1. Neue Spielstand. Der dritte Goalie. Josef Pucay. Verset 2 Jahre. Zu Huddersfield. Wir hätten noch mal neue Invasionen auch. Nämlich Dimitri Volkraut. Verset Ayo. Zu Riel Oviedo. Oder Oviedo. Invasion. Der Noa Lovisa. Verset Ayo. Zu Atlanta United. Nehmen wir ganz schnell auf die Vereine. Was die so gekauft sind. Speziell hat nichts gemacht. Geht ihr auch nichts gemacht. Zerret. Hätt sich Aivo und Harrop gekauft. Hätt sich Schalke verkauft. Ivo macht auch gar nichts. Was hat sich. Wie hat sich der Pilar Myrkoschbrächer gekauft. Der Baren gekauft. Und der Humpurys. Humpurys gar nicht gekauft. Ich finde sie vor allem Schimalko gekauft. Das sind sogar mehr Geld. Ich nur wie Ruski. Ruski. Lugana macht doch. Lugana kauft. Und mehr Raugitsch. Verzüge. Krass. Das macht gar nicht. Sie hat sich auch Plaza gekauft. Und Chimenez gekauft. Und gerade hat sich. Wie sie es gekauft. Okay. Entschuldigung. Die haben wir verkauft. So. Obwohl man sich beschaut hat. Und man sich jetzt. Auf die Ausführungsstelle. Sie hat immer etwas ausgespielt. Denn damals. Hörner spielte sie mit zwei O-M's. An Simbi und Costantina. Sie sind immer so LMRM. Arnold Clance Cloud DM. Und wenn aber alles dann sieht lief so. Außer dass er diesen Alves in der Grund zum Pepsi. So. Wie eben. So. Wie Spiegelkantebein. Leckere. Ich habe den Costantina Arnold. Nestari. Alves. Ramizio Puez. Ich regne damit. Chimenez. Tatala. Lacqua. Bamert. Il Picino. Torsetti. Seretie. Gurgic. Adrian. Guara. Und Carle. Ehhh. Ja. Beide in. Rot. Da haben wir ins dünklere. Äh mit ins hellere Rot. Erst Chance da. Vier Minuten. Dann haben wir ins dünklere Rot. Nein. Hellere. Hellere. Da steht eine Chance für den FC Sion. Nicht noch eine Chance da. Sion. Chance da. Pfosten. Widerstand. FC Sion. Wieder FC Sion. Haben da noch nicht ganz so einen Zug innen. Ja. Gau nicht. Gau nicht. Jetzt mal. Schön gespielt. Schön gespielt. 37 von der Schüsse. Leider mal ab. Ball innen. Jawoll. Roman Duos. Zack. Eine Chance. 1-0. Yes man. Yes man. Ok. Ist kein guter mehr. Ich habe schön gespielt. Und den Ball ist lang. Auf der Wurst. Wir behalten. Ball zurück. Und zurück. Schuss. Und wieder Chance. Haben wir immer besser gespielt. Chance da und Ball. Nicht innen. FC Sion. Leid ab. Ball. Bitte spielt. Und wieder Spiegelglanz. Ganz ganz stark. Triff jetzt mit dem. War jetzt das. Jetzt Eckball. Wir wehren den Ball ab. Das ist ein Konter. Äh. Eine Reaktion für Sion. Huarro. Leid mal ab. Leid jetzt der Ball. Doch dann innen. Güte. Oder gegen die Kalle. Macht innen. 1-1. Durch den Halbzustand. Genau. Jetzt Schöf. Triff jetzt Leid. Ball da. Und Chance auch da. Schuss. Neu mal draht lieber. Neu mal draht lieber. Neu mal draht lieber. Es ist Chance da. Riese Chance da für uns. Jetzt noch zuerst macht. Medi am innen. Neu mal Kuntalvers innen. Medi ich innen kommt. Es ist eh gesteckt abwert. In zweite Ecke. Neu mal Chance für uns. Schuss da und Schuss da. Der Sion hat er schön durchgespielt. Er hat er schön durchgespielt. Aber mir macht er schön Druck mit dem. Schettin. Ich schätze Schettin. Er hat sich ein Wurf. Er geht nicht ein Wurf. Ja Sion. Sion Schuss da. Da ist 2-1. Adrieu. Macht das 3-80 die Minute. Ja. Wieder Sion Ball. Schön durchgespielt. Abwech gespielt. Sion. Kommt er vorbei. Geht ab. Mal Noten erklären. Wissen kann er Kontraut? Nein doch nicht. Sion mal Angriff. Ball vorbei. Und es gibt Abstoß. Nein. Wie früher hat er das Spiel gegen Sion. Und jetzt. Wie früher. Wer es zu den 90 Minuten. Hat nicht mehr viel gebraucht. Ja. Schade Schade. Wir spielen gegen Sion. Andrea schlechter Leistung. Beim Zeithälften eher schlecht gewesen. 2-1. Ja. Ich glaube die Abstimmung mitmachen. Eime als übernächstes. Verletzte spielen. Also wenn wir euch zeigen. Was euch interessiert. Eime als Abstimmung. Also die 3 sind schon drin. Für das nächste Mal. Und dann werde ich das Spiel leben. Das Spiel wieder. Geht sie. Wo man eh spielt. Weil ihr fragt. Sion mal noch gegen Ibe spielen. Oder gegen Luzern spielen. Geht sie euch jetzt noch. Auf jeden Fall. Danke zurück. Bis nächstes Mal. Haut rein.